Hallo, ich bin Katja Brandes, die Autorin der Woodwalkers-Romane. Ich bin zu Gast auf der Filmwoche München und ich werde heute zum ersten Mal den Teasertrailer des Woodwalkers-Films auf der großen Leinwand sehen. Ich freue mich schon unbeschreiblich drauf. Eben habe ich hier auf der Filmwoche zum allerersten Mal den Teasertrailer von Woodwalkers gesehen und ich bin absolut begeistert. Dazu habe ich hier ein ganz tolles Erlebnis. Wenn ihr ihn auch sehen wollt, habt ihr die erste Chance beim Film Ella und das Schwarze Jaguar. Da wird der Teasertrailer nämlich exklusiv im Kino zuerst gezeigt. Und danach kommt ihr natürlich auch auf den anderen Kanälen wie zum Beispiel Instagram und auf YouTube. Viel Spaß!